GO! Ja, hier sind wir wieder zuuuu... Wow, Halt Musik! So... I WANNA BE THE GUY! Oh, fuck! Das hab ich ganz vergessen. Erster Ton... Ja... Ich hab's, wie ihr seht, jetzt mal offline bis zu diesen weitergespielt und... ...hat auch sehr lange gedauert und, ja, Entschuldigung, ich weiß jetzt auch schon, was hier zu tun ist... Ich wollt's ein bisschen anspielen, damit ich jetzt wieder nicht zehn Stunden in den Ton springe... Was ich trotzdem natürlich tue... Oh, komm schon! So... Ey... So... Wieso? Okay... Ja, letztes Mal... Klingt's ja ne... Oh Gott! Ne halbe Stunde so, dass ich, äh... ...nicht... ...also... ...keinen... ...ja... ...keinen Plan hatte, was zu tun war, beziehungsweise... ...also... ...ich hatte schon nen Plan, aber... Oh, mein Skill hat einfach nicht ausgereicht und... Ey, ich hab's eben noch mal... ...in der... ...ja... ...ja... ...im Offline hab ich das... ...ganz easy, beim zweiten Versuch geschafft... ...und jetzt... ...krieg ich's irgendwie... ...nicht mehr hin... ...ja... ...man... ...oh Gott... ...so... ...oh... ...so... ...da springt's jetzt rüber... ...ja... ...oh Gott, okay, also... ...ja... ...ja... ...hier unsichtbare Blöcke... ...oh Gott... ...unsichtbare Blöcke... ...das ist immer so ein... ...Hallo... ...so ne... ...sache... ...ja... 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 ...hm... ...ja... ...aber irgendwie hat er gerade... ...null Bock zu... ...springen... ...und wieso... ...komm ich da nicht hin... ...ok... ...ich versuch's mal mit Anlauf jetzt... ...ja... ...tschuldigung... ...so... ...jetzt springst du... ...so... ...erster Block... ...Goh... ...ich könnte rasten... ...direkt schon wieder am Anfang... ...aber ich weiß nicht... ...ob ich das rausschneiden soll... ...aber ich... ...hohoho... ...man... ...ich denke schon... ...hohoho... ...oder zumindest... ...n Teil... ...ich... ...oh Gott... ...ich versuch's jetzt erstmal... ...zu schaffen... ...man muss da... ...wirklich perfekt... ...auf den Pixel abspringen... ...auf den Pixel genau... ...ja... ...aber... ...wenn man zu weit läuft... ...dann kann er nur einen Sprung machen... ...warte... ...das gab einen Trick... ...ah... ...das gab eine perfekte Absprunghöhe... ...wo ich's mal gesehen hab... ...warte... ...genau am höchsten Punkt... ...ja... ...irgendwie... ...hat das gerade... ...Hallo? ...oh Gott... ...ich könnte... ...ja... ...jetzt schon abrähern... ...oh... ...hohoho... ...man... ...ich hab gesehen... ...uiuiui... ...oh... ...man... ...I Wanna Be The Guy... ...kommt ja doch... ...relativ gut an... ...höh... ...für mein... ...oh... ...man... ...für meine Verhältnisse... ...und... ...oh... ...ich... ...boah... ...so... ...jetzt... ...was... ...geht das nicht? ...ne... ...ne... ...gut... ...hier gibt's keinen Block... ...wollte ich jetzt gerade... ...nummer überprüfen... ...da gibt's auch keinen Block... ...also... ...oh... ...nein... ...ich hab'n gerade getroffen... ...und dann... ...fall' ich Idiot... ...da natürlich runter... ...oh... ...bin' ich ein Vollidiot... ...naja... ...so... ...ja... 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 ...geschafft... ...so und hier... ...hier wusste ich nämlich gar nicht was zu tun... ...und ich bin immer nur runter gesprungen... ...aber... ...ich muss hier was anderes machen... ...nämlich... ...ja... ...heh... ...in den Tod... ...jumpen... ...mit viel... ...schönen Splatter... ...ja... ...hm... ...ja... 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 ...da gibt's nämlich auch wieder unsichtbare Blöcke... ...aber die sind total... ...nein... ...mies platziert... ...und... ...ja... ...was... ...zu finden... ...ja... ...ich mach' jetzt wieder... ...also versuch' jetzt wieder die Parts regelmäßig hochzuladen... ...das heißt... ...ich werd' jetzt... ...auf jeden Fall viel... ...I wanna be the guy... ...spielen... ...ah... ...so... ...da sind wir wieder... ...hat sich natürlich mal wieder aufgehangen... ...wie so oft auch schon... ...aber... ...naja... ...soll uns jetzt nicht... ...weiter stören... ...ja... ...wahrscheinlich drück' ich einfach zu schnell... ...ja... ...also... ...zu wiederholen... ...naja... ...auf jeden Fall zurück... ...ich spiel' jetzt in nächster Zeit viel... ...I wanna be... ...oh... ...I wanna be the... ...schwulette... ...I wanna be the guy... ...und... ...oh Gott... ...ich kann kotzen... ...fang' jetzt aber auch wieder an... ...mit den... ...die anderen Let's Plays aufzunehmen... ...Mirror's Edge... ...is grade' ein bisschen blöd... ...weil... ...ah... ...mir sind da einfach die Speicherstände mal abgesoffen... ...beziehungsweise... ...also... ...ich... ...kann' ich mir an der Stelle weiterspielen... ...wo der letzte Part losgeht... ...da muss ich jetzt sozusagen... ...erst mal hinarbeiten... ...und da hab' ich momentan... ...wirklich... ...ja... ...gar keine Lust... ...rauf... ...deshalb verschiebe ich das... ...und werd' jetzt erst mal wieder anfangen... ...mit Metro... ...ja... ...Amnesia... ...wie gesagt... ...äh... ...ich komm' hier jetzt wieder... ...ewigkeit nicht rüber... ...Amnesia... ...muss ich gucken... ...ich guck mal was... ...nein... ...mit den Sprung geht's nicht... ...aah... ...tah... ...muss... ...mussi... ...ja... ...wärd' ja... ...wärd' ich so... ...zwischenzeitlich... ...aufnehmen... Ja, Gott. Denn das ist wie gesagt schon schwer zu ertragen von der Psyche her. Oh, der Kno... der ist genau da drüber. Als Aussprung auf das nächste Knopf hast... Da, ich spüre es immer. Man merkt auch immer, wie der Widerstand ist, aber... Ah. Ja, so kommt man doch schon viel weiter. Mhm, so viel dazu. Ja, boah, ich hab's geschafft. Ich hätte irgendwie nicht damit gerechnet. Ja. Hm. Ja, spring einmal. Äh, die Parts werde ich im Übrigen beschränken auf... Oh, jetzt 15 Minuten Videos, denn... Einmal ist es vom Rendern her... dauert das etwas länger, so ein 30-Minuten-Part zu rendern. Und einmal... Ah! Ähm... Mach ich dann... Oh, Gott! Wirklich hier mehr... Ja, was mach ich eigentlich? Oh, Mann! Ich vergesse das ja mal. Und... Ja, läuft die Klippe runter. Oh, ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Tut mir leid. Oh, shit! Und ich werde mich dann auch, wie gesagt, mehr auf die anderen Projekte konzentrieren. Die Parts werde ich, ähm, demnächst weiterspielen, aber momentan habe ich da nicht so viel Lust drauf, weil es ist immer abhängig. Also, ich spiele die wirklich nicht jetzt wie diese seriösen, weil einmal habe ich gar nicht so viele Zuschauer. Und ich spiele die Spiele generell aus Spaß und nehme die dann mit auf, damit das Leute mitverfolgen können, weil ich oft von mir selber weiß, dass ich mir denke, oh, gäbe es das nun mal in Let's Play oder so, wo ich nachgucken könnte oder, oh, ich hab jetzt noch Bock, jemanden Rage zu sehen oder wie der das gemacht hat und so weiter und so fort. Und ja... Ah... Und ja, der hat einmal erwähnt, dass es cool wäre, dass es nicht so gut ist, dass es nicht so gut ist, dass es nicht so gut ist. Und ich dachte mir, ja, komm, machst du die Mühe, schadet ja nix. Und ja... Dann ist es halt so gekommen... Also, was heißt so gekommen? Deshalb... Werde ich auch vorerst erst mal nur an dieser Complication arbeiten, weil ich habe schon gemerkt, ich habe angefangen, aber es ist einfach eine Modsarbeit. Und dann nebenbei noch spielen ist es irgendwie unmöglich und ich denke, ich mache das gleich im Offline-Modus. Ich denke immer, ich verpasse es und drücke dann immer weiter. Telefon... 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 Ja, aufgelegt, okay. Gut, erster Block. Ja... So, das war ein Kollege von mir und... Ja... Ja... Äh... Jetzt geht es erstmal weiter... Oh, dann muss da... Einmal muss man den perfekten Sprung hinlegen... Den... Ja! Okay, und jetzt ganz vorsichtig... Es kann doch nicht so schwer sein... Es kann doch nicht so schwer sein... Hoho... So... Wo... Wo war hier der Block nochmal? Ja... 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 Scheiße... So viel dazu... Ich hab's irgendwie so... So... Pro Part immer... Ein Bildschirm... Das ist... So... Das Maximum... Mehr geht nicht... Oh... Oh... Man muss wirklich so... Wenn der... Am höchsten Punkt ist... Nochmal springen... Ja... Oder gar nicht springen... Ja... Nee... Ist klar... Oh... Ich kann kotzen! Ich bin schon wieder so kurz davor... Ah... Kotzen werden! Nein... Boah... Ich könnte sowas von abräumen... Ja... Ja... Mhm... Okay, Leute... Ich mach jetzt noch 10 Versuche... Und danach... Wups... Pausier ich den Part... Beziehungsweise beende ihn... Und ja... Weil... Ich hab einmal gerade überhaupt keine Stimmung... Und das schmiert mir einfach hier... Zu sehr ab! So... Nein! Mann! Ey, jetzt mal ganz ehrlich... In was für einer Weg lebt der Klein mit... Instant-Death-Äpfeln! Und... Gottverdommnden Scheiss! Und sich macht... Blöken! Ja... Ist schön... Bei welchem Versuch bin ich jetzt eigentlich? Ich denke mal... Versuch 6... Ich habe null Ahnung... Wo da irgendein Scheiss-Block sein soll... Ja... Mann! Boah! Ich... Boah! Ich war gerade kurz davor... ... wieder meine Tastatur auf den Boden zu hauen, ey! Boah! Ich könnte sowas mit abräumen! So... Wo ist der erste Block? Ich hab'n gespürt! Da ungefähr, wo die Wolke ist! Ja... Ihr habt jetzt auch sicherlich eine Ahnung, welche Wolke ich meine, aber... Komm! Ich schaff' das jetzt! Nein! Ich will das schaffen! Ich will das jetzt... Packen! So... Da ungefähr, wo die erste Wolke ist! Ja... Soviel dazu! Nein, aber ich weiß... Ungefähr... Ungefähr da in der Mitte... Da hab' ich... Gesch... Ich hab' es... Gefühlt! Hm... Vielleicht davor... Pfff... 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 Ah... Ich glaub' ich weiß wie ich das... Warte mal... Pfff... Soviel dazu... Ich will mal was sehen... Sie bleiben also dahin! Gut! Pfff... Oh knapp... Ach ja... Das heisst, ich könnte jetzt rein theoretisch mit meinem Schuss überprüfen... Wo der ist? Also, da. Da hält einer, oder? Oder ist das jetzt einfach nur die Zeit nicht hier? Ne. Okay. Ja, gut. Da ist einer. Der nächste wäre... Er ist da hinten. Ah, da ist noch einer. Wenn das so strich runter geht, dann müsste das knapp hinter der Wolke sein. Gut, da sollte man irgendwie hinkommen. Warte, ich mach jetzt gleich mal so einen auf Kamikaze, dass ich hier runterspringe und dann... Ne, klappt. Ja, gut. Ich versuch's nochmal, bis hinten an die Wolken zu kommen. Oh, ich dachte schon, dass er sich wieder aufhängt, ey. Oh, ich krieg grad nen Kollaps. Ja, jetzt krieg ich's hier noch nicht hin. So. Fuck. Ich bin also kurz hinter die Wolken, aber da müsste doch... Hier müsste doch irgendwo einer sein. Gut, hier ist keiner. Ja, ich such jetzt erstmal den... Hoho, Mann! Okay, komm. Nun. Ah, ja. Und. Ja. Danke. Okay. 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 Und jetzt? Da! Da muss er sein! Ja! Oh, 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 oh. Okay, jetzt... ganz ruhig. Jetzt muss der rausfinden, wo die nächsten Blöcke sind. Da ist einer! Okay, komm ich da hoch? Nein! Okay, aber ich hab mir gem... Shit, ich glaub ich hab's mir nicht gemerkt. Okay. Der war... Da war der. Hohoho! Da, ich seh nur den. Einen, aber... Der ist so... Den kann man nicht erreichen. Oder... Also... Der liegt viel zu hoch. Da muss doch irgendwo ein Block dazwischen sein. Aber wenn ein Block dazwischen ist, müsste ich der ja rein theoretisch entweder direkt drauf landen oder... Doch, direkt dran abnippeln. Also, kleben bleiben. Hoho, Mann! Letzter Versuch, Leute. Oh, scheiße! Nein! Okay, komm. Ja, okay. Jetzt aber wirklich letzter. Ja, geschafft. So. Der erste war ja... Perfekt. Der zweite dürfte ja auf der Höhe der Grasebene sein. Der müsste dann ja irgendwo hier sein. Verarsch... Nee, da ist erst der Nächste. Verarsch! Oh Gott! Wie soll ich denn da bitte hinkommen? Hm. Da, da bleibt man doch kleben. Da müssen sie dazwischen. Ich versuch's mal abzuschätzen. Oh, oh, oh Gott! Ich hab in der We... Okay, komm. Jetzt, wo ich ihn hab, da muss ich doch nochmal... ... noch einen Versuch wagen. Los! Instant incredible black erschein. Wieso ist das jetzt eigentlich so scheißen einfach? Fuck. Yes, okay, das war... Fuck. Ich hab's mir wieder nicht gemerkt. Aber die müssten ja ungefähr in... ...leicht diesen Abstand hier voneinander entfernt sein. Oh, Mongo, Junge. Oh, shit. Was machst du? Ja. Damit sollte es auch hier zu Ende sein. Entschuldigung, aber... Das war... Ja. Ich... Oh Gott, ich... Könnte was von abheulen. Ja, ihr seht gerade, ich hab'n Tab offen gemacht. Und ja. Gut, liebe Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und... Ich werd mich jetzt mal ans Schneiden und Rändern begeben. Und... Den Rest seht ihr dann. Ja, dann, ja. Hehe. Okay, wir sehen uns. Wir sehen uns... Vielen Dank.